Ja, da komme ich am Schluss noch zu Ihnen. Ich gehe jetzt noch zu der Frau Schwarz, die bei Verdi, sind Sie eigentlich Gewerkschaftssekretärin, das haben Sie ganz vergessen zu fragen, Frau. Gewerkschaftssekretärin der Geschäftsführungsaufgaben, so weiß das. Also ich bin die Geschäftsführerin hier vom Verdi-Gezäckchen. Sie haben ein Anliegen, Sie wollen dem Podium auch etwas mitgeben. Ja, wir sind tatsächlich auch mit der Frage A, Sterbehinderung befasst. Da haben wir das Problem, dass vor allem in den Betrieben, wo keine Betriebsräte sind und keine funktionierenden Sterbehinderung, Menschen, die dann 50 und älter sind, aufgrund von einer Erkrankung sterben hindert werden, in der Regel gemobbt oder gekündigt werden. Und wir dann, sag ich mal, wenn keine Betriebsratstrukturen sind, da auch wenig tun können. Das zweite Thema ist, es werden in Mönchengladbach viele auch neue Arbeitsplätze geschaffen, siehe bei Zalando. Und wir haben ja hier das Beispiel sozial benachteiligte Menschen. Dort werden glücklicherweise sehr viele Erwerbslosenmenschen tätig, aber auf ein WIU, das nicht haltbar ist. Mit 1.500 Euro brutto für 40-Stunden-Woche, sag ich mal, sind die dann, in dem Fall, wo sie eine Familie haben, alles Hartz IV auf Stocker. Das heißt, wir, die anderen Arbeitnehmer, bezahlen mit ihren Steuern die Aufstockungsbeträge, wobei solche Firmen wie Zalando gleichzeitig Konkurrenten sind für Einzelhandelsfirmen. Und die Frage, sag ich mal, der Mitbestimmung, der Demokratie im Betrieb, was für mich, sag ich mal, einhergeht mit Inklusion, was auch eine Frage von Menschenrecht und Teilhabe ja ist. Wenn Firmen, sag ich mal, vor Finger vertritt, eine Firma, die Drehkopf, die keinen Betriebsrat hat, keine Tarifbindung hat. Wir haben hier einen großen, armen Kreisverband, wo ein Herr Bohlen Alleinherrschaft ist. Der ist hier undemokratisch Vorstandsmitglied als Alleinperson, und Geschäftsführer, mehrer BmbHs, ebenfalls ohne Betriebsrat, seit zehn Jahren ohne Tarifbindung, dann ist das etwas, wo aus meiner Sicht Politik ganz konkret auch tätig sein muss. Es ist nicht alles gut, was Arbeit schafft, sondern es ist nur dann, wenn gute Arbeit geschaffen wird. Und da möchte ich doch die Politiker und Politikerinnen hier in dieser Runde auch an ihre Verantwortung und Einflussnahme sowohl in sozialpolitischer als auch in arbeitsmarktpolitischer Sicht erinnern. Was haben Sie getan? Dafür herzlichen Dank. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, Sie wäre schön am Rachen. Also was das quasi noch so ein bisschen dampft, ohne den Herrn Deussen jetzt, das werden wir sicherlich auch noch entsprechend vertiefen, was die Frau Schwarz gerade sagte, das ist ja ein grundsätzlicher Skandal, dass wir uns mit Großansiedlungen, die Zalando brüsten, und die letztendlich diese besagte Teilhabe, das ist ja auch eine Form von, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne Inklusion, Teilhabe, Mitwirkung, Bedürfnisse, Artikulieren aus Pausenregelungen sind und all diese Dinge mehr, dass diese Firma, die von Herrn Schückhaus, Herr Schückhaus, Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft und maßgeblich an dieser Ansiedlung beteiligt gewesen ist, wenn ich das so richtig verfolgt habe, aber es ist so unabskandalös, dass solche Firmen letztendlich keinen Betriebsrat haben. Und Mitarbeiter über unzumutbare Gegebenheiten berichten, gerade was die Pausen angeht, da muss man dann Kilometer halt laufen, um dann sein Brot einzunehmen. Das geht dann im Schnelldurchgang. Und dann ist die Pause auch schon wieder zu Ende. Herr Bude, kann man sich denn mit so einer Firma überhaupt brüsten? Es geht darum, dass unter anderem die Firma Zalango im Regiopark Arbeitsplätze schafft. Übrigens bin ich der Meinung, mir ist ein Mensch, für den ich zwar aufstocken noch bezahlen muss, tausendmal lieber, als wenn ich die ganz bezahlen muss. Ich glaube, das hat auch was mit einem gesellschaftlichen Anspruch zu tun, dass ein Mensch überhaupt wieder in Arbeit kommt. Im Übrigen kann ich deine Zahlen, eine Zahl hast du nicht genau deine Einschätzung nicht teilen. Die Agentur sagt mehr andere Zahlen. Das kann man ja nochmal klären, also wesentlich weniger Aufstocker, als wie du es jetzt so ein bisschen dargestellt hast. Das Thema Betriebsrat werden Sie in einer Ansiedlungskritiker doch nicht unterbringen können. Ob das, dass das unter Umständen nicht gut ist, ist eine völlig andere Frage, aber Sie werden es nicht unterbringen können. Aber Ihr SPD-Kollege auf Landesebene hat doch mit seiner Initiative für gute Arbeit Ähnliches versucht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich bin ja unbestritten auch dahin dessen zu sagen, dass ein Betriebsrat ein notwendiges demokratisches Recht ist. Er kann sich nicht mehr so etablieren. Du musst mich jetzt korrigieren. Also ich... Bitte? Wir bauen das auch. Aber der Punkt ist ja, dass ihr den Fliegen zulassen und die Tarifbindung nur ein Jahr Beschäftigung und die... Tariftreue-Gesetz heißt das, ne? Ja, auf Landesebene. Ja, Moment, Moment mal. Also, man muss auch wieder auch ein bisschen differenzieren. Also, man müsste mich jetzt völlig belohnen haben, aber bei Zerrande wird Mindestloh bezahlt. Das müsst ihr, in dem wir jetzt einführen wollen, richtigerweise. Ja, auf die 15.40 Euro. Ja. Gut, die Zahlen... Okay. Die Zahlen differieren, aber letztendlich ist es erkannt, warum es geht. Oder wollten Sie das auch ergänzen? Ich habe die Frage ein bisschen allgemeiner noch verstanden und deshalb habe ich auch sozusagen den Sprung zu Herrn Schneider und dem Landesministerium gemacht. Politik kann ja durchaus sich einmischen, um über Tariftreue-Gesetz, über Initiativen wie gute Arbeit, die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Unternehmen, zumindest zu versuchen, mit so ein bisschen zu Arbeit zu machen, Politik, die auch was für Menschen mit Handicap tut, dass sie nicht in die Werkstatt müssen, das mal zu verkürzen. Das heißt, es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass man es zur Ansiedlungspolitik auch, ich will es jetzt nicht bürokratische Auflagen nennen, aber Anforderungen und Erwartungen an die Unternehmen gehören können. Ist das so sittenwidrig oder würden Sie das so wegfischen? Ich habe das ja gar nicht weggewichtet und das Tarifvertragstreue-Gesetz wird natürlich angemahnt bei allen Vertrags-Gesetzern. Ich bin gerade da mit einem bürokratischen Monster und das ist dann ein anderes Thema. Das Ziel ist richtig, die Umsetzung ist schwierig. Schwierig, weil das wird der Hand und deswegen habe ich es ja gar nicht von der Hand gewichtet. Am deutlichsten erkennen wir Ihre Wortmeldungswünsche, wenn Sie das Mikrofon in die Hand bringen. Ja, also insgesamt denke ich schon, dass die Kommune Probleme hat, dem Unternehmen vorzuschreiben, welche Höhe sie zahlt und so weiter. Dort sind wir auf Bundesebene aktiv als Linke und da sind wir natürlich mit dem Ergebnis, was jetzt beim Mindestlohn rausgekommen ist, nicht zufrieden. Mit der Ansiedlungspolitik, denke ich, ist insgesamt der Regiopark falsch aufgestellt gewesen. Aus ganz anderen Gründen, die gar nicht heute hier zu besprechen sind. Aber auf der grünen Wiese zu bauen, ohne Bahnanschluss, einfach nur neuen Verkehr zu schaffen, wo die Leute nicht hinkommen, wo wir dann noch Buslinien so in letzter Minute irgendwie verlängern, damit die überhaupt hinkommen. Ja, weil der Druck war ja da. Und es ist ja was bewegt worden, also die Busverbindung zählt. Das hätte man natürlich vorher machen sollen. Ja, aber wer sich wehrt, kann auch was erreichen. Vielleicht hätte man aber auch gar nicht dort so ein Gewerbegebiet bauen müssen. Vielleicht hätte man gar nicht auf diesen Bereich Logistik setzen müssen. Das Ganze ist aber natürlich auch wieder ein Problem. Diese Entscheidungen werden jetzt zum Teil gar nicht mehr so im Bad getroffen, weil EWMG und WFMG dort sehr viel vorbereiten. Und damit Politik natürlich auch nur noch irgendwo so in letzter Minute die Hand heben kann. Aber wo die Kommune wirklich was dafür tun kann, was hier von Weide kritisiert wurde, das ist, dass wir in unserer eigenen Vergabe konsequenter darauf achten, an wen wir Aufträge vergeben. Und dass wir nicht immer nur sagen, 100% Preis. Wir haben inzwischen ja auch die Möglichkeit, das mit einzubauen, dass wir Sozialstandards mit reinnehmen, Tariftreue mit reinnehmen. Wir können aber auch einfach so mehr darauf achten, dass wir tatsächlich auch vielleicht Mönchengladbacher Betriebe leichter mal bedienen. Wir können aber auch, vor allem im sozialen Bereich, wo es immer um die Fachleistungsstunden geht, da geben wir ja auch den Druck immer weiter an die freien Träger. Viele freie Träger fühlen sich eigentlich noch tarifgebunden. Die sind es aber nicht wirklich. Die sind jetzt bei der Abo angekommen sozusagen nach den Anmerkungen. Es ist auch die Abo, aber es sind auch die vielen, vielen kleinen Träger. Ich selber bin auch im Vorstand von einem solcher Träger. Und was da dann teilweise rausgehandelt wird, an Fachleistungsstunden. 2006, 2007 wurde das mit der flexiblen Erziehungshilfe gemacht. Das ist dann nicht mehr vernünftig bezahlbar. Unser Verein ist dann damals rausgegangen, konnte dort diesen Preiskampf nach unten nicht mehr mitmachen. Und es ist auch nicht richtig, diesen Preiskampf nach unten mitzumachen. Nur um den Arbeitsplatz zu erhalten. Ja, ich freue mich über jeden Arbeitsplatz und ich stimme ihn auch zu. Arbeit ist natürlich auch etwas, was Selbstwertgefühl gibt. Insofern freue ich mich auch, wenn jemand einen Arbeitsplatz hat, wo er aufstockert ist, weil das für ihn selber erstmal ein Ansatz ist. Es ist aber gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich falsch. Und da müssen wir als Kommune gegenlenken. Da können wir gegenlenken. Und genau dieses Beispiel mit Fachleistungsstunden, mit Ausschreibung, mit Vergabe. Da können wir so viel tun. Und da sollten wir auch was tun. Und das fängt natürlich auch an, dass wir in der Stadt selber Jobs schaffen sollen. Denn neue Stellen können auch Geld sparen. Wenn ich mir angucke, was permanent ausgeschrieben wird an Architektenleistung. Da könnten wir häufig für ein oder zwei dieser Aufträge einen Architekten dieses gesamte Jahr anstellen. Denn der macht dann mehr Arbeit für die Stadt und wird dann auch noch richtig bezahlt. Und nicht irgendjemand Drittes sagt noch die Gewinner ein. Also insofern, da könnte man das auch alles zusammenfassen. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Wir dürfen aber ja, dass die Arbeit nicht vergessen. Ich nehme die beiden Wortmeldungen kurz auf. Und wir denken aber die richtige Reihenfolge dazu, nämlich zum Thema, wie ist das mit dem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und wie komme ich zu der Beratung, die mir wirklich weiterhilft. Und dann nämlich noch die beiden Fragen dazu. So, ich möchte noch etwas zu dem Herrn Gude sagen. Und zwar sagte er, es wäre ihm lieber aufzustocken, als einen Menschen ganz zu bezahlen. Und so etwas finde ich einfach menschenunwürdig, so etwas zu sagen. Weil, wenn ich mich als Arbeitnehmer sehe, dann möchte ich mein Geld verdienen. Und dann möchte ich mein Geld ganz haben und nicht nach irgendwo betteln gehen. Ich bin zwar nicht in der Lage, aber ich weiß, dass es genügend andere Menschen gibt, die so sind. Und ich weiß auch, dass andere geworbt werden, die krank sind, die man aus den Betrieben heraushaben will. Und die Politik geht immer darüber hinweg und macht nur immer dieses schöne Bla, Bla, Bla. Und wir reden drüber und wir reden drüber. Und es wird in 14 Tagen geredet und es wird in 4 Wochen geredet. Und geschehen und nichts. Das macht mich total ärmerlich. Keine Frage, sondern Anleitung. Herzlichen Dank dafür. Aber ich darf mal kurz sagen, was würden Sie ja unbedingt empfehlen. Vielleicht in zwei Sätzen. Jetzt was? Stimmt. Ja. Erstmal zu überdenken, was er dann sagt, ob er so etwas überhaupt äußert. Weil so etwas ist einfach nicht gut, den Menschen das zu sagen. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, wie das politisch läuft, zu sehen, wie man die Läden oder die Betriebe hierhin bekommt. Und dass man auch vernünftige Betriebe hierhin bekommt. Und dass man die hier eingeträgiert. Ich wohne noch nicht so lange in Mönchengladbach. Aber ich weiß, dass hier in Mönchengladbach sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Danke. Ja. Darf ich dir eine Frage von dem Herrn noch mitnehmen? Darf ich mich nicht vorstellen? Lass es mich noch direkt angucken. Dann bleibe ich bei ihm stehen. Marik, ich mache es noch kurz. Also, Sie hätten mich jetzt falsch verstanden, wenn ich das in irgendeiner Weise diskriminierend gemeint habe. Ich will damit zum Ausdruck bringen, ein Mensch, der arbeitslos ist, wird richtigerweise mit Transferleistungen bezahlt. Und zwar richtig, weil er einen Anspruch darauf hat. Das ist doch für mich auch kein Betteln. Da verstehe ich jetzt Ihre Wortwahl nicht. Er muss nicht betteln. Er hat einen Anspruch auf eine Sozialleistung. Ob das ein Arbeitslosung 1 ist oder ein Arbeitslosung 2 ist. Ob das Grundsicherung ist. Es gibt eine Vielzahl von sozialen Sicherungssystemen in unserem Staat. Er hat einen Anspruch darauf. Das ist für mich kein Bettler, sondern ein Mensch, der Anspruch darauf hat. Übrigens, da frage ich mich nach Schuld. Es gibt keine Schuld. Da gibt es ganz viele in den Grunde. Und er hat einen Anspruch darauf. Erstens, bitte. Ja, aber Entschuldigung, wenn Sie doch sagen, er muss betteln, dann verstehe ich da nicht. Damit beschreibt Sie, das ist glaube ich das, was Sie sagen wollte, dass das nicht immer so rausgeht, wie Sie da sind. Gut. Erstens, zweitens, in dieser Stadt sind in den letzten 5 Jahren 5.500 neue Arbeitsplätze entstanden. Und zwar nicht nur im Logistikbereich, sondern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Zum Beispiel im Nordpark, mit der Santa Terpac und so weiter. Also es ist durchaus ein... Also insofern habe ich damit zum Ausdruck bringen wollen. Wenn meine Hochwahl missverständlich ist, dann tut mir das leid. Ich würde damit zu Hause bringen, mir ist es lieber, dass der Mensch eine Arbeit hat, weil ich finde das stark Selbstwertgefühl, das gibt eine Perspektive, der hat eine Chance und ich muss dann durch Aufstockung noch einen Teil dessen tragen, damit er eine vernünftige Grundsicherung hat. Ist mir das lieber, als wenn, das war die Hochwahl, als wenn ich ihn oder wenn der Staat ihn komplett bezahlen muss. Jetzt. Herr. Herr. wheel ppen sch 10 25 22 20 ерж